Und weiter geht's mit Super Mario World! Yeah! Äh, ja, letztes Mal lief's hier wirklich gut, haben wir alle gesehen. Hehe. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Ähm, ja, das war mein Lieblingslevel hier gerade. So, und wir machen das Geist-Haus. Mal schauen. Ja, ist okay. Ja, hopp rein mit dir, deiner Mario. Okay. Also, wenn man die Geister anguckt... Ist das so in dem Spiel? Ich weiß nicht. Normal, wenn man die Geister anguckt, dann bewegen die sich nicht. So ist es zumindest bei Super Mario. Äh, was für die Wii. Ups, oder? Ich brauche einen Pilz! Wow! Ja? Gibt's hier keinen Pilz? Rein mit dir, rein! Haha! Ich hab das, äh, ich hab so im Gefühl, dass es genau wie letztes Mal läuft. Ja, genau! Ups! Dass ich wieder fehlen werde. Ach, naja, egal. Okay, ein Pilz-Switch? Scheiße! Scheiße! Haha! Oh Gott! Ups! Was, was war denn das? Und nochmal rein! Ah, meine Fresse! Versuchen wir es nochmal. Ein paar Münzen. Gibt's ja auch Yoshi Münzen, bestimmt, ne? Ähm, ich wurde auch gefragt, ob ich... Ach ja, hier ging's nicht. Ob ich, äh, alles machen werde, auch die Secrets. Was? Das wären dann 98 Levels oder so, hat mir jemand gesagt. Ich dachte, da kann man runter! Meine Fresse! Oh, noch neun Leben. Ähm, ja, ich wurde also gefragt, ob ich alles mache. Ach, neun Welten. Aber das wäre dann zu viel, also... Ich denke, für das Erste laufe ich einfach durch. Und schließe das Spiel nur ab, also nicht 100%. So, jetzt muss ich mich aber hier mal konzentrieren, ey. Ich bin hier richtig schlecht. Und die Uhrzeit habe ich auch noch nie aufgenommen. Morgens um 10 Uhr. Normal mache ich das immer nachts. Ah ja, hier hat den Pi-Switch braucht man. Und ich hoffe, man hört nicht draußen. Die Baustelle bei uns ist nämlich frecklich. So, wo mich jetzt hier lang? Hä? Ah! Was hat der Pi-Switch gebracht? Oh, fast runtergefallen. Okay, okay. Was? Was war denn das für ein kleines Haus? Ja, kleines Haus und dreimal gestorben. Super, ha! Aber es war echt klein. Da gab es bestimmt einen Secret-Ausgang. Hä? Okay. Ja. Kein Plan. Ich weiß auch nicht, wo die Secret sind. Äh. Ist auch schwer, wenn es blind ist. Deshalb will ich nicht alles machen halt. Ich will einfach die Story abschließen. Ach, ich warte da drauf! Okay, jetzt gibt es noch mal einen Yoshi München. Die gab... Haben wir eben gesehen, gab es nicht. Geh weg! Ich brauche einen Pilz! Ohohoho! Da ist eine drin! Nein! Geh weg! Geh weg! Oh, gefährlich! 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 Konzentration! Schaut da immer... Ich muss immer nachgucken, obwohl ich... Obwohl ich gar nicht lesen tun. Warum war er denn noch mal da? Ich glaube, das hier wird mein Hass-LP. Nicht Megaman, so wie ich es erwartet habe. Unfassbar. Unfassbar. Ich sterbe auch immer in den beschissenen Stellen. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, ich werde irgendwann mal besser. Hoffe ich zumindest. So, was ist das jetzt hier? Ah ja, hier kann man... Okay, das geht jetzt. Ah, ja. Wow, knapp. Was? Nein! Ah! Kurz vor Mittelpunkt. Mein Gott. Und nochmal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Hauptsache mal... Fünfmal das gleiche Level spielen. Macht ja voll... Voll fun. Wow! Wow! Diese Legs, ey, ist unglaublich. Was mache ich? Boah! Habt ihr schon mal so einen schlechten Mario-LP-ler gesehen? Ich glaube nicht. Ich bin auf die Wii halt besser in allen Spielen. Also... So alte Spiele liegen mir eigentlich nicht so. Aber ich gebe mein Bestes, wie gesagt. Was? Eigentlich wollte ich ja auch irgendwann Kai so Mario-LP-en. Aber ich bin ja schon so schlecht in dem Spiel hier. Ich glaube, das vergesse ich noch. Äh, vergesse ich ganz schnell wieder. Vielleicht irgendwann in zwei Jahren, wenn ich da noch dabei bin. Okay, Mittelpunkt. Sehr schön. Und wir werden groß. Okay, hier muss ich mich konzentrieren. Sehr schön. Das klappt mal. Das ist unglaublich. Oh! Den will ich haben. Eine Feder. Okay. Was? Ah, okay, okay. Zu früh, zu früh! Fuck, ich wollte die. Fuck! Da ist Secret-Ausgang bestimmt. Ich geh noch mal hin. Ich geh noch mal hin. Ich geh noch mal hin. Ich trau mich mal was. Ich riskiere es. Wenn ich noch kann, überhaupt. Ja, lacht ruhig. Lacht mich aus. Lacht ruhig. Lacht ruhig. Ich glaube, den Ton werdet ihr noch öfters hören. Boah, und das ist echt die zweite Welt. Unglaublich. So, jetzt aber. Jetzt dann ein Pilz bestimmt. Yes! Ich hab ihn. Okay, jetzt packe ich's aber. Konzentration. Konzentration. Yes! So. Ach, nochmal das. So, jetzt springe ich aber nicht mehr. Okay, hier kann man gut Leben sammeln. Fuck. Und, ein Leben? Yes! Fuck. Fuck. Na ja, zwei Nebenwands. Zwei oder drei. Zwei, glaub ich. Nein! Ha! Den hab ich nicht gesehen. Was ist das hier? Okay, wunderbar. Ja, die Levels sind eigentlich ganz kurz, aber trotzdem sterb ich fünfmal. Unfassbar. Okay, jetzt kommt, glaub ich, das Schloss. Wenn ich richtig gesehen hab. Genau. Okay. Probieren wir's. Oh, ein Apfel kommt bestimmt wieder Yoshi. Ach, fuck! Mist. Ach ja, die verfolgen einen. Fuck. Okay. Was zum... Nein, was mach ich? Was mach ich? Oh. Oh. Hä, war das nicht das Schloss jetzt? Hä? Wo hab ich denn hingeguckt? Was gibt's denn? Hä? Kann man hier irgendwo rein? Nein? Oh! Was hat das jetzt gebracht? Kein Bedankt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oho! Oh! Oh! Da-da-da-da. Geh weg von mir! Ja, ist klar. Ich gebe mir gerne da unten hin. Weiß ich, ein paar Goombas. Yes! Nein! Oh mein Gott. Und jetzt hier? Nein, oh nein, noch mal so einer. Ein Hammerbruder. Mittelpunkt, sehr schön. Oh, Yoshi, schon wieder. Lang nicht mehr gesehen. Oh! Okay, okay. Und was haben wir hier? Ja, ein Schwerens. Oh! Nein! Nein, nein! Oh, ich vertrete es, ich vertrete. Ah! Wieder dumm. Dumm. Ich will einen Stern jetzt. Oder einen Fehler. Einen Stern! Geht doch. Geht doch! Die will ich noch haben. Okay, und ziel? Nein! Oh! Ich renne einfach. Ist unkönftig. Nein! 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 Oh! Oh, sorry. Oh, sorry, wenn ich so abgehe. Aber ich bin jetzt richtig drin. Im Spiel. Und, und, und. Oh! 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 Untertitelung. BR 2018